Hallo, hier ist Christoph vom Master of Search Podcast. Wir verhelfen Unternehmen nachweislich zu 80% mehr Gewinn auf Google, indem sie profitable Sichtbarkeit auf Google deutlich erhöhen können, ohne dass sie Geld verbrennen und unabhängig von einer externen Agentur sind. Ja und damit wir euch da auch immer weiter informieren, habe ich heute ein Thema mitgebracht, was auf Basis meiner aktuellen Marktlage folge, wo ich also darauf eingehe, dass momentan eben es beginnt, dass das Konsumklima stark zurückläuft, dass Menschen Geld sparen, dass sie das für wichtige Dinge ausgeben und darauf habe ich Feedback bekommen. Und da ist eine Frage auch gekommen, die ich ziemlich interessant fand und die möchte ich hier mal aufgreifen und zwar, wenn sozusagen jetzt momentan die Nachfrage zurückgeht, warum steigt denn dann in manchen Bereichen auch der CPC? Ja und das ist eine Fragestellung, die finde ich gut und vielleicht habt ihr das auch bei euch beobachtet, man könnte ja in der ersten Annahme einfach davon ausgehen, dass wenn im Prinzip die Leute weniger konsumieren, dass dann auch die Firmen ihre Budgets zurückschrauben und auch dann ja einfach weniger bereit sind auszugeben. Ganz im Gegenteil ist es aber oftmals der Fall. Wir haben Kunden, wo wir merken, da soll im Prinzip ein gewisses Umsatzlevel gehalten werden, also gibt man einfach höheres Budget aus und senkt seine Ziele. Also man senkt zum Beispiel den ROAS-Ziel oder das ROAS-Ziel. Also das Verhältnis vom erwirtschafteten Umsatz zu den Werbekosten wird einfach nochmal gesenkt und möchte im Prinzip seine Umsatzziele halten und ist bereit, dafür auch höhere Werbekosten auszugeben. Das wäre ein Effekt, der läuft eben genau in die Richtung, dass dann eben auch gegebenenfalls der CPC steigt, weil der Wettbewerb einfach aktiver wird und auch bereit ist, mehr Geld zu bieten. Das nächste ist, dass wir ja natürlich auch Bereiche haben, die jetzt momentan eine extrem große Nachfrage bekommen. Also rund um das Thema Heizung, Radiatoren, Wärmepumpen, aber auch so etwas wie Decken, also Bettdecken oder Couchdecken oder ähnliches. Schaut da gerne mal auf Google Trends nach, also dem Tool, wo ihr wirklich auch aktives Suchvolumen auf Google sehen könnt. Und da gehen die Suchanfragen nach Bettdecke extrem durch die Decke. Das ist ein All-Time-High, also ein absoluter Rekord, der sozusagen einfach die Anzahl an Suchanfragen auf Google da auch darstellen. Und das ist natürlich dann auch wieder etwas, wo man dann merkt, okay, das werden Firmen eben dann auch erkennen relativ schnell. Also gerade bei Mittelständlern oder großen Firmen gibt es natürlich auch Leute, die beauftragt sind, entsprechend ein Research zu machen und den Markt zu beobachten. Und nehmen wir jetzt einfach mal auch so Online-Shops wie Otto.de an oder auch ein Amazon. Beide verkaufen natürlich auch Bettdecken. Und wenn die erkennen, hey, da gibt es jetzt gerade eine massiv große Nachfrage und im Idealfall auch eine hohe Kaufbereitschaft, dann sind die Firmen natürlich auch sehr gerne bereit, da dann mehr Geld zu investieren. Im Idealfall funktioniert das bei euren Kampagnen dann auch mehr oder weniger auf Autopilot. Sprich, wenn ihr eben alles messen könnt und wenn an Google Ads der Umsatz zurückgemeldet wird, dann bemerkt Google ja, okay, es gibt hier A, eine höhere Nachfrage und B, gibt es auch einen höheren Umsatz. Das heißt, da liegt dann auch ein höherer ROAS vor und wenn der ROAS dann eben höher ist als das, was ihr als Ziel anpeilt, dann kann Google natürlich im Umkehrschluss einfach mit höheren Geboten rangehen und sagen, okay, ich möchte jetzt im Rahmen der Ziele, die dieser Werbetreibende für meine Kampagne gesetzt hat, möchte ich eben mehr Umsatz generieren und möchte einfach mehr an Decken zum Beispiel verkaufen, als es eben vorher der Fall noch gewesen ist. Ja, also gerade dann bei den ganzen Bereichen, die eben momentan dann wirklich so ein Medienthema werden oder damit sich die Leute mehr beschäftigen, da ist natürlich dann einfach die Nachfrage sehr stark da und bei anderen, wo es halt rückläufig ist, da sind dann eben Firmen auch tatsächlich dann eben momentan in der Überlegung, okay, fahren wir jetzt unser Budget runter und damit auch unseren Umsatz oder haben wir noch ein bisschen Luft und können eben einfach unsere Ziele herunterschrauben und können dann durchaus eben ein höheres Marketingbudget auch ausgeben. Ich kann jetzt für euch nicht so genau beantworten, was sozusagen jetzt eine sinnvollere Strategie ist, aber das hängt natürlich von jedem Geschäftsmodell selbst ab, aber ihr merkt auch hier wieder, es ist extrem entscheidend, dass ihr einfach alles messen könnt, dass ihr also so viel wie möglich wirklich auch an Google Ads zurück übermittelt und wirklich fundierte Aussagen darüber treffen könnt, wo lohnt sich jetzt eine Kampagne, wo lohnt sich ein Suchbegriff und dass Google natürlich auch darauf optimieren kann und im Idealfall, wie gesagt, gerade wenn ihr ein Mischsortiment habt, ja, dann im Prinzip auch darauf reagiert. Und im Idealfall macht Google das komplett automatisch, weil er eben erkennt, höhere Nachfrage, höhere Kaufbereitschaft, höherer Umsatz, höheres ROAS-Ziel zum Beispiel, oder der aktuell erwirtschaftete ROAS ist höher als das Ziel, also kann ich sozusagen jetzt momentan mehr ausgeben dafür. Ja, das sind auch Sachen, da komme ich in einer anderen Folge noch zu, zum Thema Geburtsstrategien, das ist ein sehr umfangreiches Thema, aber Google kann in diesen Geburtsstrategien einfach auch sehr gut inzwischen auch Saisonalitäten erkennen, also Sommerreifen und Winterreifen, die haben einfach in den Jahreszeiten ganz unterschiedliche Höhepunkte an Suchanfragen und das weiß Google. Und Google kann natürlich dann auch, wenn du in diesem Segment unterwegs bist, kann Google auch entsprechend reagieren und einfach dann schon im Vorfeld wissen, ah, okay, jetzt beginnt die Zeit, wo Leute nach zum Beispiel Sommerreifen suchen, also März, April, gerade im April, da geht es dann so richtig los, da kann dann Google natürlich auch im Vorfeld sagen, okay, jetzt steuern wir bei diesem werbetreibenden Kampagnen deutlich mehr aus, weil jetzt ist die Suchanfragen Anzahl höher und auch die Kaufbereitschaft ist jetzt entsprechend höher. Ja, das mal ein kurzer Impuls zum Thema, wenn ihr sehen solltet, ihr habt aktuell einen steigenden CPC und wundert euch, weil das eigentlich in der ersten Logik gar nicht so viel Sinn ergibt. Man hört viel von Krise draußen und ja, auch wir kennen Unternehmen, die tatsächlich jetzt große Herausforderungen haben, da entsprechend reagieren zu können. und dann denkt man natürlich beim Thema Krise erstmal, ja, da werden halt Budgets eingespart, das wird auch kommen in den nächsten Monaten, es wird auch viele Firmen geben, die dann vielleicht auch unter euren Mitbewerbern werden welche dabei sein, die dann eben die Marketingbudgets deutlich reduzieren oder eben auch deutlich, ja, vielleicht sogar komplett pausieren. Also nicht nur reduzieren, sondern vielleicht auch komplett pausieren. Und dann sollte das natürlich einen Effekt auf einen möglichst geringeren CPC haben. Ja, aber es gibt eben auch Unternehmen, die sind bereit, weil sie vielleicht noch Rücklagen haben aus den letzten Jahren, gut gewirtschaftet haben, sind da vielleicht bereit, dann eben momentan einfach mehr auszugeben. Oder, und das ist auch ein Fall, den wir immer wieder bemerken und auch von unseren Kunden hören, sondern es gibt ja auch Firmen, die in andere Marketingkanäle noch viel Geld investieren, also auch Printwerbung oder Fernsehwerbung oder Radiowerbung. Und man kann natürlich auch das Budget umverteilen. Also man kann auch sagen, okay, jetzt sparen wir uns die 500.000 Euro für die Fernsehwerbung in dem nächsten Quartal und gehen dann vielleicht mit 300.000 Euro davon einfach mehr in den Google-Kanal rein, weil wir dort einfach das alles sehr viel besser messen können. Und wir können das einfach besser aussteuern. Auch diesen Effekt wird es geben. Und auch da wirst du dann eher einen höheren Wettbewerb merken als einen geringeren Wettbewerb. Ich bin sehr gespannt, was Google jetzt dann Anfang Oktober bei den Quartalszahlen veröffentlicht wird. Also bisher hat Google das noch wenig gemerkt, was die Umsätze in Werbekanälen angeht. Ich bin gespannt, wie das über alles aussieht. Also ob es rückläufig ist, ob es relativ konstant bleibt oder ob es sogar gestiegen ist. Meine Vermutung ist, es ist leicht gestiegen, weil ich sehe in Summe noch nicht so viel, die sich jetzt da massiv zurückgezogen haben. Im Gegenteil, ich glaube, dieser Online-Marketing-Kanal, der wird dann eben auch wirklich entsprechend einfach noch höher priorisiert als andere Kanäle. Und neulich habe ich auch eine Podcast-Folge gehört mit dem ProSieben-CEO und auch er sagte sinngemäß, dass sie das noch nicht merken. Also sie merken noch nicht, dass Firmen jetzt schon deutlich Budgets reduzieren. Und ich vermute, man würde es erst bei so etwas wie Fernsehsendern bemerken, bevor man das dann wirklich auch in dem Online-Kanal bemerkt. Also gebt mir gerne dazu auch mal Feedback, wie es so bei euch aussieht und was ihr da für Erfahrungen macht und Beobachtungen am Markt. Nutzt vielleicht auch gerne Tools zur Wettbewerbsbeobachtung, also so etwas wie SEMrush oder auch Systrix könnt ihr benutzen. Auch dazu habe ich in meinem Blog auf christophemohr.com einige Informationen dazu, wie man auch mit SEMrush halt gut den Markt beobachten kann. Schaut gerne bei Google Trends mal rein, gerade zu den Suchbegriffen, die in eurem Geschäftsgebiet unterwegs sind, also die relevant für euch sind, wie einfach momentan das Suchverhalten auf Google danach aussieht. Und gebt mir gerne Feedback, teilt eure Gedanken mit uns und sehr gerne auch weitere Fragen, so wie das jetzt eben auf dieser Folge von der aktuellen Marktlage passierte. Ja und falls ihr die noch nicht gehört haben solltet, dann springt gerne da nochmal zurück, hört euch die unbedingt an und ja, wir begleiten euch durch die nächsten Monate und Jahre und versuchen euch immer mehr zu sensibilisieren dafür, dass es halt wirklich extremst wichtig ist, diese Messbarkeit und damit dann auch die Möglichkeit, seine Umsätze zu skalieren, einfach auch wirklich bedenkt und das umsetzt und auch da vielleicht ein bisschen investiert für die Zukunft. Das ist einfach dann das Entscheidende. Gut, dann wünsche ich euch beste Gesundheit, viel Erfolg und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.